Musik So, hallo Jons! Hallo! Heute haben wir hier wieder ein bisschen was zum Auspacken. Und zwar haben wir hier was von Star Wars Mystery Eggs und mal was ganz anderes. Star Wars Ice Pops Surprise Inside mit einer Überraschung. Ein Star Wars Überraschungsei mit Yoda drauf. So, Ash, dann fahr mal an. Mein Hängel ist ein Schlüsselband, glaube ich. Ein Schlüsselband, glaube ich. Wie heißt der, der da drauf ist? Ähm, Dachmoll? Ja! Was haben wir denn hier noch? Das ist doch noch was. Das ist ein Aufkleber. Ashoka. Ashoka Tano. Ja. Das ist irgendwie nicht Yoda, ein orange Schiff. Ich glaube, den wirks, glaube ich. Ja. Ähm... Und ein Stormtrooper. Und ein Stormtrooper. Und ein Stormtrooper. Und zeig mal, das ist ein... Stormtrooper. Das ist ein Aufkleber. Ein Aufkleber. Ein Stormtrooper. Stormtrooper, genau. Copyright Schiff. D krijgen oder nurse grapefinger. Und ein